In einem Monat kommt richtig viel Geld auf dein Geschäftskonto und im nächsten Monat vielleicht nichts. Das sind sogenannte Auftragsschwankungen, die viele Filmemacher betreffen. Und in diesem Video möchte ich dir mal einen konkreten 4-Schritte-Fahrplan mit an die Hand geben, was du gegen diese Auftragsschwankung tun kannst, damit du mehr Sicherheit in deinem Filmmaker-Business hast. Let's go!